Musik So, können wir abzeichnen. Musik Wir befinden uns im Jahr 50 v. Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Eines von unbeugsamen Gallien bevölkerten das Dorf hört nicht auf, im Eindringen Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht einfach für die römischen Legionäre, die aus Besatzung bei den Lageren aus Vilus, Anglitalien, aus Vilum oder Kleizellien stationiert sind. Musik Wir werden jetzt alle die Weltschweine durch. Die Römer alle geklaut. Spinnen doch die Römer. Musik 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 Oh! Die Gallier haben mir schon lange den Kopf zerbrochen. Aber jetzt werde ich dem ein Ende bereiten. Immer mehr hier werden sich uns anschliessen. Ich habe angeordnet, dass sie die Patrouille verdoppeln werden, damit die Gallier kein Stück Freiheit mehr haben. Sie sollen alle Wildschweine einfahren, damit sie nur noch faulen Fische fressen können. Und die, die trotzdem noch trauen, aus ihrem Dorf rauszukommen, werden wir verfolgen und observieren, bis auch die ihre letzten Nerven verlieren. Aber das ist noch nicht alles. Wir gehen noch viel weiter. Ich habe noch meine Lichter vergessen. Ich muss fünf Stunden laufen wegen dieser blöden Fischen. Ich habe noch einen Rinder. Ich bin gerade fünf Stunden gelaufen. Bis ein anderes Ende vom Wald. Verkräuter für unseren Zaubertrank. Früher ist das auch so in der Höhe gewachsen. Ich konnte sie holen, ich konnte sie selbst brauen. So. Jetzt haben wir langsam keine Chance mehr. Ich traue nicht mehr so weit zu gehen oder nicht? Sie lassen sogar ihre Kühe und Rinder grasen auf unserem Feld, damit ich immer weiter weg muss. Ich traue nicht mehr so weit zu gehen. Es geht nicht weiter so. Wir haben es alle im Waldschwein geklaut. Du kennst mich auch mit dem Wald. Spinnen doch die Scheissräume. Hey. Kann nicht sein. Den ganzen, das ganze Leben lang. Den Fisch von diesem Hobbyverkäufer essen. Hey. Gott wird meinen Magen richtig füllen. Ja. Das ging ja noch. Hey. Wir haben es heute probiert, alle Jura Sachen zu klauen. Hey. Zum Glück habe ich denen nachgemogen. Es ist... Das ist im Fall schon knapp gewesen. Hey. So kann das dann weitergehen. Wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen Hilfe. Von Männern, die uns unterstützen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen mehr Männer. Ja klar. Ein bisschen. Ichia. Nach. Aw criticize. Ja klar.